so eine die wunderschöne willkommen zurück zu märz 17 zu der wir manuell springen mussten weil das exit im 16 16c und wie die funktioniert hat guck mal was wir erwarten wie viele monster gibt es hier wohl 47 karten mal klingt ja erst mal richtig überschaubar das ist so eine boss map kann das sein dkw geil ist das denn bitte ja alle vier farben grün blau gibt es nicht okay gibt es nur drei farben ich habe doch in der letzten map noch erzählt davor dass ich es geil finden würde wenn man wenn man diesen tom rein kann ja das hier ist der tom das ist natürlich jetzt ein bisschen ähm wow okay why not ich meine kann man ja mal machen okay achso wo will ich mal hey man kann ja normalerweise gar nicht mehr wieder raus heißt also wenn man normalerweise hier rein fällt ja dann war's das auch da muss man die mit neu laden so die frage ist kann man was machen jetzt gibt es ja 50 gegner und die 50 gegner müssen ja okay frage ist beantwortet ist ja gut ne hat sich nicht beantwortet ich weiß jetzt definitiv was es hier gegner gibt aber ich weiß immer noch nicht wo die ja was was wir jetzt hier machen müssen damit sie kommen okay jetzt die sind die sind hier also quasi überall morgen was ich aber verpasst habe Hier sind überall Monster, aber keiner kommt raus. Hier gibt es gar nichts. Ich verstehe das gerade nicht wirklich. Ich sehe ja auch keinen Schalter oder sowas. Hä? Also der Tummi in der Mitte ist ja wohl das Ende. Aber wie kommen wir da hin? Hm. Äh? Äh? Okay. Das macht Sinn. Wow. Also muss man doch da hinten rein. Deja, irgendwie diese Verwirrung. Jetzt muss man da rein? Muss man doch nicht rein? Muss man doch irgendwie nicht? Doch nicht rein? Ich dürfte erstmal alles. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Ich schwöre, das war keine gute Idee. Ich baue nicht die Dächse. Was ist das, was ich? Hä? Womit der denn hin? Äh, wer wird damit leben? Jaaa, ich bin gestorben. Okay, ich versuche erstmal die Gegner so ein bisschen so... Na, wo kommt die denn? Ja, okay. Die teleportieren sich echt überall rein. Na super. Hallo, wer wird mal hier? Dankeschön. Jetzt kann man schon, wenn man läuft, nicht mal irgendwelche Waffen hier auswählen. Jaaa! 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 Du musst doch wieder rein, ne? Ne, du kommst nicht rein, du kommst nicht rein. Scheiße. Hey, wo denn jetzt? Oh, okay. Oh, okay. Hallo? Achso, ja, vielleicht mal vielleicht ein bisschen warten, bis ich den aufgeladen bin. Oh, ja. Alle weg, wird doch mal Zeit, ja. So. Wo war jetzt die Wurstung? Was ist denn, warum das jetzt ist? Es wird doch immer noch irgendwo ein Gegner. Hey, hier war offensichtlich keine Rüstung. Hier war der Bills. Dann war hier die Rüstung. Das war gerade mal 75er. Das ist ein bisschen ruinieren. Oh, und so ist jetzt gerade ein Gegner, der noch fehlt. Okay. Da haben wir einen Exit. Da haben wir jetzt hier auf jeder Seite ein Exit oder was? Ja, leck mich doch. Fühlen jetzt alles zum gleichen Ort oder? Wir gucken mal ganz kurz, wo führt das Ding hin? Das führt offensichtlich zu Map 18. Oh, bitte laufen, danke schön. Aber kommt die auch nicht mehr raus. Es kann natürlich sein, dass einfach alle drei Teleporter zu Map 18 führen. Wäre ein bisschen witzig, aber gut. Ja, das sieht genau so aus. Ja, ist auch die gleiche. Und dann führt... Ja, wow. Und dann führt der dritte Teleporter definitiv... Oder, naja, höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, auch zu Map 18. Okay, das müsste dann ja der hier sein. Ja. So. Mal gucken, wo führt der hin? Ja. Option auf 18. Hä? Was? Lade doch. Ach doch. Okay, das heißt, ähm, ja. Das ist schon mal eher so... Ja, lol, würde ich jetzt mal sagen. Aber, ähm... Ich weiß nicht, ob man das wirklich so als lol bezeichnen kann. Ich denke mal eher so, naja... So ein bisschen so... Na, ein bisschen was von Hä? Und ein bisschen was von... Oh Gott. Mit ein bisschen mehr von Hä? Okay, wo ist denn, gibt es keine mehr? Schade eigentlich. Irgendwo ist noch ein Gegner. Aha. Der bringt mich jetzt einfach mal direkt hier mittels meiner komischen Skill um. Die kriegen wir jetzt noch ein bisschen Rüstung. Oh Gott. Vor allem, eigentlich müssen die, die davon ja auch sterben, oder? Weil normalerweise ziehen wir sie ja damit auch mit, oder ziehen wir ihn damit auch noch mit neben der Tier ab, oder? Ah ja, okay. Okay, ist denn schon so, in der Death-Animation. War gestürzt er auch, oder läuft er einfach nur so jetzt die ganze Zeit? Okay, also sterben sie so scheinbar nicht. Leck mich doch. Ach, schau. Na gut. Okay, dann gehen wir mal zu einem Teleporter unserer Wahl und teleportieren uns mal in Map 18. Und das war ja sehr unterhaltsam. Jetzt haben wir nicht. So, wir haben alles. Ja, easy. Und in der nächsten Map werden wir gleich von ab und an beschossen. Das ist auch sehr schön. Da kommt direkt Freude auf. Danke dafür. Aber wie es aussieht, kann man sich da hier verstecken. Das ist noch nicht. Na gut. Das werden wir denn morgen sehen. Nein, Bänden wollte ich nicht in neue Laden. In dem Sinne würde ich mal sagen, Ciao mit V.